Hey Leute, ich bin's, euer Cody, und willkommen zurück zu Sims 3. Und... Ich hab jetzt tatsächlich... Ich hab vor ein paar Sekunden vergessen, was ich machen wollte. Gut... Ich muss jetzt mal so ein bisschen rumspielen, damit das vielleicht ein bisschen füssiger läuft. Warte, war das nicht hier? Ah, da. Ich sage das... Das mach ich mal raus. So, das lass ich noch drin. Vielleicht mach ich das raus. Genau. Ähm, sonst ist... Ich könnte noch die Steuerung... ...bessern. Ähm, wie ist das so hoch? Folgezeichen. Ja, ja, ja. Später. 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 So, Leute, hier bin ich wieder Kleine Quizfrage an euch Was passiert, wenn ihr die Option umstellt Und die ganze Zeit sagt Ja, 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 später Hm, wie ist das? Ja, sehr gut Das Spiel stürzt ab Naja, zumindest ist das jetzt untergestellt Hat Das hätten die mir doch früher sagen können Dass das Spiel abstürzt Was soll das? Was soll das? Ähm, Explosions Ähm, ja, warte So, da, bin ich dann Ist das noch alles Ähm, na, knapp So Das ist doch alles sehr viel flüssiger, habe ich so das Gefühl Ach, wie ist es halt sehr zu viel Nachdem es abgeschmiert ist Müschen ja alles wieder neu machen Ich bin nicht sozial Ich bin absolut nicht sozial Wie viel flüssiges auch einfach läuft Ich bin das ein, da ist es wirklich so Ähm Was habe ich gerade noch gesagt Das ist ein bisschen geläubt Ja Wie ist jetzt schon, wenn es geht Hallo, die pen? Oh, okay, so geht's auch Ja, da ist es einfach übelst Dumm, dass gelaufen ist Ja, gut Ja, gut Du kannst von direkt Nur aufstehen Wieder was Wodern gehen Wodern gehen Wodern gehen Wodern gehen Und Garten pflegen Und Bad nehmen Das säubern Wie ist es das säubern? Wofür dir alles kaputt geht Aber ja, bereits Erfahrung Mit Unfreiwillig Dreckig Umgebung Bisschen dreckig Ist das Fischglas oder was? Das Fischglas ist dreckig Oh, Pflanzen Pflanzen sind zu schön Ähm Auf dem Bild sieht ein ganz kleines bisschen kleiner aus Wenn ich das zu sagen darf Oh mein Gott Das ist auch so groß Alles groß Das ist alter Mist Ist ja noch größer Gibt es etwas kleines? Danke So Und ist die Umgebung jetzt schöner Nachdem Washi Ideen auf dem Tisch stehen? Ich hoffe es zumindest So Ne Ah Mach mal was produktives Was ist da der Tierschub? Warte mal So Lass uns mal liegen Egal ob du stinkst Wir gehen zu Star Nerti Show Wir suchen mit Und kein Kätzchen Vielleicht klappt das ja Aber nur vielleicht Na ja Du willst Money Ich weiß schon Und das ist YouTube Money Oh mein Gott Oh mein Gott Horschkatz 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 Oh Katz macht das in die Hose Das fällt Hey Horschkatz 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 Die Stadt ist zu groß Okay laufe aber Lauf 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 Oh Schau mal hier ist der Wetterstein Vielleicht wenn wir Glück haben Gewinnen wir sogar Mein Tausend Simuleons oder so Einfach mal so drauf die Kralle Money Komm Schausprach Und rein Gut Mal sehen Ob Was wird Ja doch klasse Also ich find's klasse Ich find's klasse Ich find's klasse Jetzt steh auf Steh auf Und Neh nehm dich zurück Das war auch kein Sinn No Schön Nonsens Das dauert aber lange Oh warte Kann man das lange dauert Wenn man auf Geschwindigkeit einspielt Ist normal das das dann lange dauert Trotzdem lange dauert Du bist Tiershow Sag mal durch Ich hörte das Jan Gut 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 Ne 12 Sekunden Das war Raus damit Gut 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 Was ist das So Ah Steht ihr Aber es ist ja schon Über die Elfte Dreiviertel Vierfünfte Ah Fünfsechste Ja Um jetzt euch aufzuzähnen Großer Eichenbock Was zur Hölle Ach das ist ein Käfer Ich hab 15 Millions Warte mal Ah da fangst du an da Versteht Rumrennen Okay Und Na komm Komm Haben wir gewonnen Ich werd's jetzt wissen Kommt schon Ja Das Tier von Rudi hat zwar nicht den Hauptkass abgeräumt Aber immerhin eine kleinere Anzahl Auszeichnung Das eigenartigste Das eigenartigste Tier der Stadt Was zur Hölle wollt ihr Das ist diskriminierend Das ist ein schönes Tier Schlimm 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 Und dann Das eigenartigste Tier der Stadt Und dann Das eigenartigste Tier der Stadt Gut Ich hab's doch zurück gesehen Okay Wer ist das? Muss ich den kennen? Ja nein Vielleicht Noch die Katze Ähm Hat das seine Richtigkeit Dass die Katze Einmal quer durch die Stadt laufen muss Fragezeichen Nein So wie ist er noch nicht Ben Wie ist Und The Bot Puh Ah Ah Seht's Geht das eigentlich nicht? Gut Dass ich mir da um schonmal keine Sorgen machen Ich nur Sorgen machen auf diesem Szenen Vielleicht Hunger kriegen Wer weiß Vielleicht wird er eines Tages so dass der Ausversehen da drin sitzt. Ganz ausversehen. Ach, die arme Katze. Die Katze, die muss so weit laufen. Justins Ferfung. Traurig. Eine Minute vierzig haben wir noch. Wir werden nicht mehr Zeit. Oh, der hat ihn gescheitiert noch. Dann kann das auch so gut sein. Und jetzt? Nix. Egal. Warte mal, kann ich eigentlich... So egoistisch zu haben und ein besonders gutes Bett zu kaufen, damit der nur eine Stunde schlafen muss? Oh, das ist unser. Das hat neun, ist doch super, auch wenn es nicht so doll aussieht. Kann er aber noch einnehmen. Ja. Ja, du stehst an der Wand. Wir haben nur noch tausend. Hey. Das ist gut. Das ist positiv. Oh. Wie geht es hier schaffen? Bis... Pür, müsste es so spennen. Ganz anders. Die arme Katze. Willst du einen Rollpool? Wieso willst du einen Rollpool? Das ist teuer. Oh, mal hier mit der Katze abhängen. Wie weit muss die denn noch laufen? Ach du heiliges. Ich tue es zwar nur ungern, aber ich will nicht, dass die Katze... Oh, warte, da ist schon der Zimmer gelaufen. Ich besser, Frau Grudi.